90 Metern rechts auf der Passqualitätermann abbiegen. Danach gleich rechts abbiegen. Jetzt ist die Labe. Ja, da sind wir wieder. Sollte mal im Kreis geführt sozusagen. Jetzt rechts abbiegen. Danach gleich rechts abbiegen. Also geht mal 90 Grad rechts abbiegen. Also hier hoch wahrscheinlich. Ja, genau da rein. Dann muss die Straße links. Ja, da kommt ja mal so drauf. 50 Metern geradeaus fahren auf dem Antilogen. Danach gleich scharf links abbiegen. Kein Warnung. Kein Warnung, was weiß ich jetzt mal. 100 Metern rechts auf die Abiturio Veneto abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Ja, das stimmt ja. Hier. Also hier ist der Zunge falsch. 150 Metern links auf der Ummer abbiegen. Danach gleich rechts abbiegen. Jetzt links abbiegen. Danach gleich rechts abbiegen. Wir werden mal fangen jetzt an diesem Ding, der nicht links will und kann das weiter. Okay. Also hier rechts auf dem Straßenverlauf einen Kilometer folgen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR